willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten und ihr habt es im titel schon gesehen wir haben gegen uns selber gekämpft ja ja man nicht gegen selber gekämpft also wäre mal sicherlich eine nette idee im menschen hat mich sehr sehr viele nette ideen im discord auf aber ihr seht das hier der avatar von den herausforderern spielte gegen alien von den challengers challengers herausforderer oder die herausforderung der herausforderer also kann man schon sagen wir gegen uns selber ist ja mal ganz witzig dass man darauf dann auch eigentlich darauf achtet irgendjemand ist es ja mal aufgefallen so nach dem motto kummer die haben den gleichen namen wie wir aber ihr seht ihr seht hier meine ganz allein fahrende karre niemand folgt ihr naja da war oben doch ein bohrer etwas näher noch für die helden dran also musste ich hier so ein bisschen improvisieren das heißt in der mitte habe ich jetzt ein paar walküren die machen das rathaus und mehr schaffen die auch nicht weil die luftabwehr da ist doch ein bisschen stark auch mit dem elektro drachen und jetzt geht meine queen aber auch richtung mitte wird jetzt aber schon anvisiert vom single inferno der muss in jedem fall weg rockrider hier mit rein und zwei rockrider gehen da oben auf den x-bogen das schon mal nicht schlecht aber die queen macht jetzt erstmal den drachen und eine mitte haben wir noch eine tänzelne queen also werden mein wenn 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 wären meine helden irgendwo mit der karre hier in die mitte reingegangen dann wäre die queen jetzt schon geschichte aber noch ist sie da noch ist sie da der adler ball hat auch noch die ganze zeit ich denke mal die worten zündung war in ordnung bevor es noch mehr hawks erwischt obwohl das ist ein der war jetzt level 1 habe ich jetzt noch mal ein heil geworfen der war wirklich schlechte heil war er war wirklich nicht gut da reiten die nur noch so ein bisschen am rand vorbei und meine queen hier macht erst mal so ein lägerchen da und die andere queen rennt den hox jetzt hinterher und ich hatte sie ja jetzt schon gezündet und jetzt geht sie leider auch drauf also noch eine queen hier dabei und meine hawks sind noch ganz gut dabei queen ist das erstmal weit weit weg und wenn die hawks das erschaffen also die gesamte defensive dann könnte das ja was werden dann müssen sie sich halt irgendwann um die queen kümmern habe ich allerdings schon länger nicht mehr gesehen dass es so was mal gegeben hat dass so viel hawks über sind dass die sich dann der queen annehmen die sind jetzt schon zwar direkt vor ihr problem ist nur dass auf der anderen seite auch noch ein x-bogen wartet okay das war es mit meinen hawks aber dann müssen sie mag errichten die packen das auch nicht schlecht aber ihr seht jetzt schon in unerreichbarer nähe ist natürlich der x-bogen für meine truppen hier die haben einen viel zu weiten weg müssen auch noch mal durch eine mauer durch und so bleiben das hier leider zwei sterne ist aber nicht so schlimm wir haben sie dann doch noch gedreiert diese base hier also gleicher plan nur besserer fahne mit den helden und naja schau mal also war sehr sehr spannend muss ich sagen gegen uns selber hier hätte ich auch nicht nicht so erwartet der gegner war sehr sehr stark und wir gucken aber einfach mal noch so ein paar angriffe an ich bevorzuge eigentlich immer so die angriffe die auf gleicher rathausstufe sind da muss ich immer ein bisschen länger suchen aber ich glaube das kriegen da muss ich ja da muss ich mal suchen da bin ich glaube ich gerade stehen geblieben da muss ich mal ein bisschen suchen dass das auch in etwa passt denn wir wollen jetzt nicht unbedingt die zeigen außer es ist ein elber auf den zwölfer gedreiert wird das wäre dann auch denke ich mal zeigenswert aber hier der alf auf john cena schauen wir mal was er am start hat drei zwei hat er da zwei golem an er hat ja jetzt noch zwei und die kann man auch breiter setzen aber sprung genommen denn die werden in jedem fall glaube ich zusammen laufen also ich habe die kombi heute auch mal wieder mit meinem neuner benutzt ich benutze er selten aber sie ist immer noch gar nicht so schlecht und erfüllt halt ihren zweck vor allen dingen was das tanken angeht allerdings tanken die jetzt nicht auf breiter front sondern hat jetzt einfach drei golems irgendwo in der mitte mit keinem sprung zauber sehe ich gerade die müssen sich da echt durch jede durch jede mauer prügeln ist natürlich auch sehr schwer ich nehme aber ganz gerne zwei gut zwei sprung mit und ein gift damit ich durch die mauer oder überhaupt durch die base hüpfen kann denn immer die müssen ja wirklich jetzt echt jede mauer hier einzeln aufmachen um hier weiterzukommen aber die golems machen das mit oder in zusammenarbeit mit den skeletten von den hexen ganz gut und hier ist noch eine ganze menge am leben ich meine er nimmt jetzt heil zauber das auch nicht so schlecht obwohl der zweite halt aber jetzt auch nicht gerade so der heils bringer war da waren jetzt höchstens ein paar skelette drin und vielleicht ein bisschen am rand die hexen dennoch hat er immer noch golems hier im im feld ich ja mal kurz ein bisschen näher rein die immer noch das eine oder andere weg tanken das auch ganz gut für die queen dass die ein bisschen geschützt ist jetzt bekommt sie erst beschuss und ist auch noch zündbar hier unten aber auch ein golem also ist schon gar nicht mal so schlecht die mauern sind hier auf glücklicherweise waren die mauern nicht ganz so stark denn wenn das hier max mauern wären dann klappt so was glaube ich nicht mehr so gut viele sagen ja dann naja mauern werden überbewertet aber mit so einer kombi hier wo die sich wirklich durch jede mauer prügeln müssen je kleiner natürlich die mauer desto weniger zeit brauchen die truppen und kommen dann immer tief an die base rein aber so sieht das ganz gut aus hier und hat er ganz gut gemacht drei sterne neun auf neun mal sehen ob ich auch noch ein zehner angriff für euch habe elfer haben wir jetzt nun schon gehabt wenn auch einen kleinen so einen kleinen mini fail aber ich habe es mit humor genommen war auch im live stream und von daher hätte man noch mal umplanen können allerdings bin ich immer ganz ganz selten im discord wenn ich live stream also mal sehen ob ich ein rathaus 10 angriff für euch finde ich habe einen für euch gefunden die kleine hexe gegen pk das ist ein rathaus 10 base die hat auch zwei inferno türme also kein engineered account und mal ist eine komische base ich guck mal wenn ich wenn ich da so rein sehe sind das allerdings auch wieder so 44 boxes hätte ich mal fast so gesagt die box wo jetzt die truppen reinkommen ist natürlich ein bisschen bisschen größer mal sehen wo die karre mit reingeht okay die karre geht schön richtung mauer richtung rathaus golem auch hier wieder davor gesetzt ich also auch ich ich sage ja dann immer ich nehme auch immer ganz gerne golem mit davor schützt noch mal die karre und damit die karre schön weit rein kommt also erst mal ganz ganz piano hier rein fährt und mit der spam armee hier ist man immer ganz gut ausgehoben vor allem gegen gegen single infernos denn hier stand der obere glaube ich auf multi und der untere auf single der untere muss jetzt fallen damit nicht jeder tank hier jetzt drauf geht aber der muss auch jedes mal neu nachladen ist gut gelungen hier und jetzt sind die truppen schon mal am rathaus okay sorry da musste ich die aufnahme echt nur mal gerade kurz stoppen denn ich habe gerade ich habe mich sich niesen müssen aber ich wollte das nicht noch mal jetzt von vorne beginnen hier also erstmal am rathaus die die truppen noch eben ein sprung zauber über gehabt der ist jetzt da oben in das feld zum anderen multi hin geworfen worden und da hat sich die die queen kurz dem multi auch angenommen und jetzt sind einfach zu viele truppen in der base noch um dass sie dass das ganze hier aufzuhalten also die taktik funktioniert nach wie vor schön mit dem golem finde ich viele sagen ja ja nimmt nämlich unbedingt golems nehmen gerade bei single infernos natürlich riesen aber schön geschützt hier und die golems zerplatzen ja auch erst mal und ihr seht das ich glaube hier oben ist ja immer noch einer da oben der platzer gerade immer noch einer über gewesen also schön gemacht hier von der kleinen hexe auf nummer 12 mal sehen ob ich noch was schickes für euch finde denn waren wirklich coole angriffe dabei aber auch vom gegner also auch dem muss man respekt zollen den herausforderern hier vom anderen staate ich glaube sind wir jetzt schon im oberen bereich ja hier sind wir jetzt schon in elf auf elf bereich wirklich komische base hinten vor allen dingen mit dem angeflanschten hier um den um den bogenschützenturm aber auf dieser flanke geht es jetzt auch los und hier soll es mit drachen erledigt werden an ich sehe gerade der luke ist ein frischer ja jetzt habt hat der toto eben noch erzählt ja ja keine dips und jetzt macht er hier ein dip ich sehe gerade dass der luke hier schon rathaus zwölf ist weil er max drachen hat wusste ich gar nicht dass es so ein kleiner rushy ist hier der hat den worden noch nicht auf 20 gehabt auf rathaus level 11 okay vielleicht wollte da nicht länger warten aber gerade mit 20 hat er ja noch mal einen kleinen ausbau seiner fähigkeit wo ich jetzt drauf bin halte ich das nicht an oder macht das noch mal neu schauen wir mal wie das hier gemacht hat es muss ja auch nicht jeder die funktionieren oder jeder die bauern overkill sein denn es ist sicherlich immer immer wieder schwer genug sich irgendeine taktik auszudenken beziehungsweise zu gucken wie kommt man in diese base rein aber die ist jetzt auch wirklich nicht so stark wirklich noch nicht so stark da ist noch viel rathaus 10er dev drin und da ist ganz ganz relativ wenig von 11 der adler ist auf max aber ihr seht das hier auch die tesla die hochploppen das alles noch zehn okay ich mache euch das doch mal auf zweifache geschwindigkeit okay das also streng genommen ist ist das ein 10er mit adler ein 10er mit adler und mit den angeflanschten mauren da unten in der ecke hat er hat hat sich der gegner auch noch keine richtige base gebaut sondern hat seine 10er base gelassen hat die mauren da einfach reingepackt hat man ja erstmal was aber ich meine dann nützt natürlich gar nichts okay nehmen wir mal den nächsten ich hoffe es kein dip das ist kein dip das 11 auf 11 wunderbar mit ein paar minern mit ein paar hockrider ok ein felsenwerfer sehe ich jetzt zum ersten mal auch wenn wir ja doch sehr sehr abend aktiv sind und wir ziemlich ja mal glaube schon sondern ich weiß gar nicht hatten wir das im live stream gesehen keine ahnung ich glaube wir haben nichts im live stream gesehen oder von den herausforderern nee ich denke mal nicht und ist das natürlich hier oder habe ich auch nicht jeden angriff gesehen ich gucke auch nicht jeden immer in den wiederholungen wenn ich natürlich muss weil ich die base noch mal angreifen muss schaue ich mir natürlich die angriffe an die vorher gelaufen sind gar keine frage aber dass ich mir jeden angucke und ich nehme mir immer relativ spontan auf also alles was mich vor die linse kommt kann ich natürlich für euch irgendwo festhalten für eine nette taktik oder auch für eine nette base ich meine wenn ihr auf so eine base trefft auch der verteidiger hier hat einfach im auf drei uhr die mauern einfach angeflanscht also auch lange zehn gewesen auf elf gegangen und hat auch hier noch keine ck base gebaut ich bin ja auch nicht so ein bin ja auch ziemlich faul was bases bauen angeht ich würde sogar sagen zu 100 prozent faul ich kopiere ja nun modifiziere so ein bisschen und aber immerhin bin ich immer bemüht wenn ich eine neue rathausstufe habe dass mein dorf sofort eine ordentliche space hat dass ich das gar nicht erst vergesse bevor es dann in die ersten ck es geht mit dem neuen rathaus und ich habe da dann so ein halbes ich sage ich nenne mal so als beispiel ich war acht jetzt auf neun und hau das zeug erst mal irgendwo hier ins feld rein haupt sei es ist da das mache ich eigentlich nicht ich baue mir dann schon immer eine ordentliche base beziehungsweise linke mir eine rein modifiziere sie so ein bisschen und dann warte ich erst mal ab ich erwarte dann auch nichts von solchen bases ja also ich erwarte dann nicht dass ich dann sofort die drei sterne def oder so nur weil ich dann noch relativ neuer eine neue rathausstufe habe aber hier ist das irgendwie naja außen stand dann eigentlich die tesla ganz ganz frei und mit dem meiner geht das hier ganz gut in die noch rathaus 10 dafür würde ich sagen ist immer eine gute wahl sieht man allerdings im moment eher weniger weil viele ja viele sagen ich kann nicht mit meiner denn da weiß auch nie die können auch auseinandersplitten dann weißt du nicht welche truppe soll ich eigentlich heilen welche soll ich in den sicheren tod schicken aber ich glaube gut gemacht gut gelöst hier auch mit guten helden 45 42 19 ich denke mal der jack wird ja auch weitermachen dass die helden hier auf jeden fall noch max werden bevor er dann auf zwölf geht aber so sind hier einige und ich hatte den look nicht ganz im blick mit dem muss ich mal ein ernstes wörtchen sprechen naja nächster unser mile rathaus 12 auf rathaus 12 eigentlich hatte ich gedacht der mile hätte ja auch tiefer gehen können denn wir haben und glaube ich noch so ein zwei elfer auf gehabt da kann man dann natürlich als zwölfer etwas vielleicht eine sicherere kiste gehen und kann sagen mache ich doch lieber den elfer anstatt den zwölfer denn auch so eine base hier auch wenn sie gar nicht so stark erscheint hat immerhin ein 5er rathaus also das als verteidiger oder überhaupt als tipp wer frisch rathaus 12 ist möge sich bitte sofort das rathaus hochziehen auf die fünfte ausbaustufe denn der giga tesla ist nicht zu unterschätzen und ist im moment die stärkste defensive neben dem adler und neben den inferno türmen denke ich mal also wer dem zu nahe kommt wisst er selber dem droht einiges nämlich recht richtig richtig viel schaden und dann noch mal die herunterfallende bombe aber hier erst mal mit zwei elektro dann ist auch teurer fahne 60 truppen platz nur für den fahne dass die queen hier reingeht das kann vielleicht auch anders machen und klaren burg loons und auch elektro dachen der gegner hatte sehr viel elektro daran in der kleinburg manchmal effektiv ich quäle mich ja immer mit meinen kleinen neunern dann gegen so einen elektro drachen aber in den höheren rathaus stufen glaube ich nicht mehr ganz so effektiv und in der mitte hat er jetzt hatte zwar seine truppen da in 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 der worden aura aber ich weiß nicht ob alle retten konnte aber sieht eigentlich ganz gut aus und sprung noch mal hier hinten der schwung war sehr sehr gut er geht noch mal in einige kompartments rein und die riesen gehen vor allen dingen zum tanken auch noch mal raus das war sehr sehr gut und an der stelle hier konnte man eigentlich schon sagen mit noch zündbarer queen das wären drei sterne und und die waren auch wichtig die waren auch überwichtig da weiß ich manchmal weiß ja nicht was die leute geritten hat warum sie nicht den vermeidlich schwächeren nehmen vermeidlich schwächeren und sich dann doch so ein bisschen eher auf den etwas stärkeren stürzen keine ahnung aber er wird sich da wo was bei gedacht haben und ich denke mal ganz nett hier mit dem mit der mit der queen und mit den heilern die heiler jetzt bis zum schluss überlebt haben ist natürlich auch super und ist gold wert okay das ist jetzt noch mal eine schwarze mine ab außen stehen noch ein paar tesla aber hier hinten ist auch noch mal ein troll tesla in der ecke aber ihr seht auch das ist noch rathaus 10 def und der mile hier ist denke ich mal naja doch er ist er ist max level also max out und da hat man natürlich leichtes spiel ihr seht alle drei helden hier voll geheilt hier 1 2 3 4 5 riesen hier noch im feld und die masse dann noch an klein klein truppen hier mit bogenschützen schön gemacht ihr 1 auf 4 also 12 auf 12 und ein zwölfer habe ich noch für euch den hat herr stransky gemacht ich weiß gar nicht warum ich den immer herr stransky nenne keine ahnung aber egal ich habe ihn immerhin kennengelernt in hamburg und dann hast du also dann dann weißt du eigentlich dass ja dass du solchen leuten vertrauen kannst denn ich habe hier 22 vize mehr am wochenende rein rein bekommen einmal wie gesagt den herr stransky und dann auch den baba king bei mir den ferdinand der auch schon wirklich sehr sehr lange da ist und eigentlich auch ja wie soll man sagen öfter mal da ist denn wir haben hier zwar ich hatte bisher immer nur ein vize und mich und als als leader und vize aber ich bin ja auch dann nicht immer da und es gibt dann auch zeiten wo vielleicht doch mal eine kleine mail rausgehauen werden muss um hier so ein bisschen sprung in den ck reinzubringen und vielleicht noch mal so die letzten instruktionen so nach dem motto der macht den der macht den bitte und wenn der fällt ihr wisst schon was ich meine das fehlt dann manchmal denn ich kann dann auch nicht immer wert ab und zu mal über discord dann angeschrieben dann gehe ich kurz mal ins game rein und mache dann irgendwas aber das soll eigentlich nicht 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 so sein denn dann sollen jedoch schon entscheidungen getroffen werden aber zwei entscheidungsträger mehr hier ich glaube das funktioniert aber sehr sehr gut also ich bin sehr sehr zuversichtlich ich habe da auch schon mal negative erfahrungen mitgemacht deswegen hatte ich habe ich ganz wenig älteste und noch weniger vize gehabt liegt einfach daran dass dann plötzlich auch mal hier so ein kleines chaos ausbricht hier leute angenommen werden die hier niemand annehmen würde oder aber jemand plötzlich seinen tippen kumpel hier rein lädt so nach dem motto er ist ja mein kumpel der kann er ruhig rein und dann ist das die der letzte rascher heuler und so und so was auf sowas habe ich einfach keinen bock mehr gehabt und deswegen habe ich hier das irgendwann mal wieder reduziert und habe gedacht naja da musste dann da musste dann dadurch hast du hier halt nur mitglieder und ein vize und vielleicht so den ein oder anderen ältesten aber nicht so viele und denn das geht ruckzuck hier und dann hast du hier komische leute im clan die dann auch ja ich meine man kann dann nur sagen ihr könnt hier bleiben ich habe im moment zwei achter da die können hier bleiben aber ich nehme sie nicht mit in die klaren kriege die vermiesen und so ein bisschen das matchmaking wenn wir jetzt noch drei vier achter hier rein kriegen dann hätte ich fast gesagt jo dann können wir mal wieder mit achtern auch in den krieg ziehen dann passt das aber nur mit einem oder zwei achter ist es sehr sehr schwierig denn danach geht es hier schon mit ganz netten neunern los aber der herr stransker dass sie sehr sehr gut gelöst würde ich mal so sagen mit einem pecker smash war das pecker smash peckers peckers um die peckers war gar nicht dabei alter falter 32 bowler richten diese base hier nieder nicht schlecht da war der pecker der war in der klarenbrug also schön gemacht hier und schöner klaren krieg vor allen dingen gegen uns selber herausforderung der challengers 55 53 war unheimlich eng kann ich euch sagen denn die haben auch nicht schlecht angegriffen ja mit meinem am ende noch mal ein bisschen sterne geholt hier haben hier unten noch mal ein bisschen was versucht wegzumachen aber richtig cooles ding von beiden seiten also noch mal auch wenn sie es wahrscheinlich nie mitbekommen danke für den wirklich spannenden klarkrieg hat echt laune gemacht klar gewinnen macht immer laune aber es war jetzt nicht so dass wir so gewonnen haben so ja das schleppen wir mal eben durch nicht sondern ein bisschen ihr seht das hier ist nur 10 aufgeblieben also auch da hat hat uns ein bisschen was gefehlt uns hat aber auch ein mann gefehlt wir hatten also zwei angriff im 10er bereich dann noch weniger aber nichtsdestotrotz wir sind jetzt auch wieder gegen einen deutschen clan unterwegs aber das steht dann in einem anderen buch ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja dann lasst man einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen damit ihr nichts mehr von mir verpasst und ich wünsche euch einen schönen wochenstart euer toto